Hallo Leute, ich bin Badul Fatma, ich bin 16 Jahre alt, ich bin noch Studentin, mein Hobby sind lesen, kochen und Sports machen gern. Ich wohne jetzt mit meiner Familie in Karachi, meine Mutter Sprache ist Urdu und ich spreche Englisch, Urdu, Deutsch und ein bisschen Türkisch. Ich mache jetzt B1 Deutschkurs im Vortex Institute und die Liga heißt ja Anwar und ihr ist sehr freundlich und hilfsbereit und Tschüss!